Musik Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Black Ops 2 Video, diesmal wieder hier Party Mix Und wir spielen eine im Lauf Und ich habe jetzt mal vor Ein paar Runden hinten dran zu hängen, einfach so generell Party Mix zu machen Oh fuck man Aaaaaaah 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 Okay, ja ich habe jetzt generell hier Lust ein bisschen Party Mix zu machen Und Oh komm leck mich doch Lalalalalala Oh verdammt Scheiße Gut, ich bin nicht gut in einem Lauf Ich bin da richtig grottig drin Aber ich versuche mein Bestes Und ja, ich habe jetzt halt eben vor ein paar mehr Runden hier zu Komm leck mich doch Letztes Leben Juhu Deswegen hasse ich einen im Lauf So, jetzt campen wir irgendwo Juhu 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 Der Typ geht ab, oder die, oder das, oder jenes. Wie auch immer. Haha. Haha, wuhu. So, jetzt komm. Jetzt hab ich meinen Lauf. Da Brando. Oh. Ja. Bäh. Von hinten. Du schwule Sau. Ja, okay, ich hatte sowieso bei dem einen Teil keine Muni mehr, also von dem her. Von dem her. So, wo jetzt hier lang? Gäh. Nein, halt so. Kann ich auch. Alter, du, wo ist Tomo? Alter, lauf dort an mir vorbei, Mann. Du wirst das Tomahawk auf mich schmeißen, hä? Ein Tomahawk? Wirklich? Ja, zack. Die sind nie aufs Messer angefasst, weil die immer mit diesem... Weil die eigentlich fast immer mit dem Schießen beschäftigt sind. Finde ich jetzt. Hehe. Da ist einer. Du, du, du Kleider. Da. Verdammt. Egal. Ich finde, wirst du trotzdem einigermaßen gut dabei. Geht doch. Ich muss ja nicht immer gewinnen. Beziehungsweise, wenn ich gewinne, jedes Mal, dann dauert das halt immer so seine Zeit. Beziehungsweise, ich habe jetzt nur Waffenspiel und so gebracht. Okay, bei Waffenspiel ist es jetzt nicht so schwer zu gewinnen für mich. Bei dem Rest aber... Oh, ihr kleinen Nutten, ey. Ihr Nutten. Du Nutte! Jetzt... Du auch! So. Wo ist mein Tomahawk? Ich will mein Tomahawk. Wieder aufheben. Ah, ich habe mein Tomahawk schon wieder. Cool. Haha. Wo ist mein Tomahawk? Oder irgendein anderer Tomahawk. Egal. Oh, das war bestimmt sehr gut. Da von dir hochzugehen, ey. Ja, lol! Hehe. Ah! Äh! Scheiße! Nein! Blau Burger! Ja, ja! So. Äh. Ich habe immer... Wo, ey? Ah! Nein! Ah! Warte, jetzt komme ich. Boah! Ich muss immer in Bewegung bleiben, weil wenn ich jetzt getomahockt würde, ey, dann... Nein! Äh! Ah! Nein! Ah! Aber ich will nur nicht getomahockt werden, weil ich bin Platz 1. Platz 1. Die versuchen mich jetzt alle zu tomahocken. Nein! Oh! Ich bin... Bei jedem Tod, denke ich jetzt, ich wurde getomahockt. Bei jedem. Ja! Gewonnen! Gewonnen! Ja, Mann! Mich hat man aber auch nicht getomahockt. Ich war der Einzige, den man nicht gekriegt hat. Ja! Ich war ein hyperaktives Kind. Wuhu! Wuhu! Nicht. Egal. Man muss eigentlich... Man muss in Bewegung bleiben. Oh, der letzte Kind mit dem Tomahawk. Oh, zack. In die Hüfte. Ja, okay. Das ist natürlich cool. Aber... 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 Nee. Man muss halt... Draufhaber, dass man nicht getomahockt wird, ne? So. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde, die ich jetzt noch dranhängen werde. So. Und zum Schluss gibt es dann noch eine nette, kleine Runde Waffenspiel. Natürlich jetzt auch wieder auf Carrier. Ist jetzt nicht so toll, dass wir jetzt zwei mal die gleiche Map haben. Aber macht ja eigentlich nichts. Waffenspiel. Und joa. Da sind irgendwie so zwei so Typen drin, die gerade ein bisschen geredet haben. Ich weiß nicht, welche Sprache. Also... Keine Ahnung. Aber... Komm her! Da! Du Reimado! 66. Du bist aber nicht so toll. Mann ey. So. Mann! Hä? So. Ha-ha. Oh, leckmisch, ey! Ah! Mist, ey! Ich hasse diese Waffe aber auch. Ah. Hinter mir ist jemand. Oder war halt auch der, ne? So, bist du noch da gekommen? Bist du noch Bock? Hä? Huh? Nein! Oh, fuck you. Fuck you. Genau. Ich erfinde... Fuck you. Könnte ich noch sagen. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich bringe aber Begriffe raus, die noch nie einer gehört hat, man. So. Was? Was geht bei dir denn? Oh, fuck man. Die haben schon alle... Oh, mein Gott. Das wird jetzt schwer. Was geht denn hier ab? Ja! Alter! Ah, alter! What the fuck? Es schreckt doch noch mehr, wenn von hinten und von vorne jemand schießt. Ja! Genau. Oh, Mann! Oh, Mann! Die Waffe ist so gay! Danke! Danke! So, jetzt... Jetzt, 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 jetzt. Oh, da kommt noch einer von der Seite. Schade. Aber ich hab ein bisschen aufgeholt jetzt endlich mal. Zack! Ah, es laggt. Es laggt. Oh, da hatte ich keine Chance, Mann. Boah, es laggt voll. Der Server laggt. Nein, der Hosta ist gerade irgendwie ein bisschen für den Arsch. Oh, Mann! Ey, was kann ich mit so einer fetten LMG die fünf Stunden zum scheiß Nachladen dann aufbauen, wie auch immer braucht? Was kann ich denn dafür, Alter? So! Bis doch, Mann, hier. Ich bin hier der Babbo nicht. Okay, das war schlecht von dir, würde ich mal so behaupten. Boah! Das geht voll auf den Sack. Scheiße. Quickscoppen kann ich nicht, Alter. So, da bist du mal weg. Hallo! Nein! Boah! Boah, jetzt hab ich so ein lahmes Ding, Alter. Und ich kann hiermit rumgurken, oder was? Boah! Boah! Mann! Yay, selbst in die Luft gesprengt. Juhu, bin ich cool. Mann, jetzt komm. Bitte. Verläuft doch nicht von mir weg, Alter. Da bin ich. Danke. 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 So! Boah! Du mit deiner... Was soll ich da... Der hätte mich messern sollen. Das wäre vielleicht schlauer gewesen, ne? So, jetzt komm. Ja! Zack! Peng! Und da hab ich dich... Good game all here in the game und so. Die schauen das Video sowieso nicht. Aber, joa, so. Und dann, zack, von hinten. Uh, uh, uh. Der war ein bisschen... Okay, das war lol. Alles klar. Gut, ähm, das ist ein, denke ich mal, schöner Abschluss für diese fette Runde hier. Party-Mix in Black Ops 2. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, Leute! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. 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 Vielen Dank.